Wer im Moment dabei zusehen möchte, wie sein hart erarbeitetes Geld an Wert verliert, der falte die Scheine doch einfach sorgfältig und stecke sie ins gute alte Sparschwein. Bei ständig steigenden Preisen ist klar, dass das Geld von Tag zu Tag einfach weniger wert ist. Die Frage ist ja nur, wo soll man es denn sonst anlegen? Immobilien sind unfassbar teuer geworden und die Zinsen unfassbar niedrig. In genau diese Lücke stoßen jetzt Betrüger. Über professionell aussehende Internetseiten bieten sie scheinbar geniale Anlagekonzepte, alles von vorne bis hinten profimäßig gefälscht. Ermittlern ist jetzt ein Schlag gegen diese Online-Betrüger gelungen. Ein Drahtzieher wurde auch verhaftet. Allein das ersparte Geld ist weg. Lydia Kallis berichtet. Nicht jedes Opfer traut, sich zur Polizei zu gehen, aber er hat es getan. Möchte aber vor der Kamera anonym bleiben. Kein Wunder, 250.000 Euro hat der Akademiker an Kriminelle überwiesen und verloren. Im ersten Moment ist es peinlich. Man ärgert sich. Man empfindet Scham, das ist klar. Weil man wieder besseren Wissens so dumm gehandelt hat. Dummheit und Gier. Ja, wer schon viel hat, möchte noch mehr. Auch er ist über einen gefälschten Artikel einer Nachrichtenseite, so wie dieser hier, auf die geheime Geldanlage aufmerksam geworden. Als Lockvögel für die Geldanlagefalle dienen prominente und bekannte Fernsehsendungen, ohne deren Wissen. Alles wirkt täuschend echt. Dieses Investitionsmodell ist dann hier auch im Endeffekt dann im Text als Trading-Plattform hinterlegt. Wenn man jetzt dort draufklickt, dass die Geschädigten dann eigentlich erst auf die Seite von unseren Tätern gelangen und sich dort ein Konto erstellen und dann der Kontakt zu den Geschädigten aufgenommen wird. Mindestens 250 Euro. Im Glauben, das Geld mit Devisenderivaten oder Bitcoin schnell zu vermehren, zahlt auch der 79-Jährige ein. Er bekommt regelmäßig Anrufe von seinem angeblichen Finanzberater. Letztlich löst er sogar einen Teil seiner Aktiendepots auf, um über 250.000 Euro zu überweisen. Die waren freundlich. Sie waren sehr gut informiert. Das kann man nicht anders sagen. Sie waren sehr professionell geschult. Es waren gute Verkäufer. Und da bin ich halt drauf reingefallen. Das System ist perfide. Callcenter-Mitarbeiter erfragen viel Persönliches, um die Opfer scheinbar fürsorglich zu beraten. Familiensituation, Probleme von Angehörigen. Kontoverläufe und Auszüge, alles ist gefälscht. Das sah zunächst seriös aus. Die Buchungen sahen gut aus. Das Ganze wurde mir erst suspekt, als ich versucht hatte, Geld abzuheben. Das wollten die nicht. Die wollten das Geld behalten. Das Geld ist weg. Über viele Konten ins Ausland transferiert. Follow the money, folge dem Geld also. So sind die Braunschweiger Cybercrime-Experten den notmaßlichen Tätern letztlich auf die Spur gekommen. Doch die Auskunft aus dem Ausland zu bekommen, ist aufwendig. Wir müssen ja an souveräne Staaten herantreten und die um Mithilfe bitten. Und das heißt, wenn ein Täter eine Tat macht und Geld von einem Konto auf das andere und dann auch noch über zwei Länder bewegt, dann macht er das im Zweifel in ein bis zwei Minuten. Wir brauchen, um das allein nur eine Buchung nachvollziehen zu können, da brauchen wir zum Teil sechs Monate für, bis wir überhaupt eine Antwort bekommen. Und da brauchen wir echt einen langen Atem, da brauchen wir Ausdauer. Dennoch gelingt es der Polizei Braunschweig gemeinsam mit der Polizei Rostock, noch zwei Jahre in Ermittlungsarbeit ausreichend Beweise für das kriminelle Netzwerk zu finden. Sie durchsuchen mit Europol, Callcenter in Bulgarien, ein Softwareunternehmen in der Ukraine und Objekte in den Niederlanden und auf Zypern. Die Polizei sicherte zahlreiche Datenträger, hunderte Server und sperrt über 100 verdächtige Online-Handelsplattformen. Einen Hauptverdächtigen konnten sie zwar festnehmen, aber er ist auf Kaution frei. Die Auslieferung nach Deutschland steht noch aus. Für Opfer wie ihn sind das sicher gute Nachrichten, aber dass er seine 250.000 Euro wiederbekommt, ist sehr unwahrscheinlich. Die Beamten gehen von tausenden Betrugsopfern aus und mindestens 500 Millionen Euro schaden. Sie warnen eindringlich, Geldanlagen im Internet genau zu prüfen. Vielen Dank. Die Wurst.